Geht weiter! Nein! Scheiße! Wer hat nichts zu tun und stinkt nach Fisch? Du! Genau! Wo ist der versteckte Täter? Peter? Nein, Dieter! Wo ist der versteckte Täter? Peter! Was für versteckter Peter? Ich weiß nicht, wo der hier rumläuft. So, ich bist du da? Ich sehe ihn! Also, dann weißt du, wo er ist, ey. Du gradenloser Täter, also Vergewaltigungstäter. Okay, ich darf nicht lange auf den weißen Teilen stehen bleiben. Okay, ich ist jetzt die letzte Part, ich habe überhaupt kein bisschen Bock mehr auf das Spiel. Ich habe jetzt... Wie lange habe ich aufgenommen? Zwei Stunden? Oder? All durch, Johnny. Du wachst es. Meine Augen tun schon weh. Ich habe keine Ahnung. Nur wenn ich draußen bin. Macht einen Tipp für Spieler, die besonders gerne spielen und lange spielen. Einfach nur die Helligkeit runterdrehen, wenn ihr nachts spielt. Einen koffeingehaltiges Getränk trinken und das ist schwarzen Tee. Ich weiß nicht warum, aber von dem werde ich zum Beispiel am besten wahr. Und wenn man diese Kriterien alle hat, kann man sehr, sehr, sehr lange am PC sitzen. Also, das habe ich zumindest gemacht. Habe Tage durchgezockt. Ganz durchgezockt? Ganz durchgezockt. Wie lang ungefähr? Durch die Tage, man. Während meine Eltern weg waren natürlich. Ey, der ist monstens hingefallen. Kann man nicht jetzt anfangen. Von nach Hause, vielleicht mal so ein Ei gebratenes zum Frühstück oder so. Könnte man es jetzt schon anfangen, ist hingefallen. Heil erst in der Frühstück, ey. Du, du, du kriegst auch nichts Neues hier an, gell? Ja, liest du einfach mal die Texte, die die da schreiben. Gell. Die sind doch so schlau und gehen wie alle... Warte, aber diese Scheißschutz ist so klein, Mann. Das tut mir mal nach. Dann geh näher ran. Das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Angeblich liegt der in meinem Fernseher. Oha, was ist das denn? Ich schwörf alles, was da ist. Was ist da? Da ist noch einen anderen Drachenmonster noch dazugekommen. Ja, passiert. Ist so ein Vogel, gell? Ja, ich schwörf alles. Oh, ein Vogel ist bloßig, ey. Der ist der cool, ey. Der macht sich immer so cool und so voller Damage, aber auch in Wirklichkeit nicht sein. Was muss ich jetzt machen mit dem? Kann ich denn umbringen? Ahhhh. Boah, Mann. Boah, Mann. Der greift den jetzt an, den anderen. Los. Dann so rauf, junger Mann. Der verknüpft. Jetzt geht er auf mich drauf. Klopft euch mal. Zwei Drachen gegen Drachen. find ich R王. Wah-dee-hierer. Mogokokokob. Weiß nicht warum aber langs user-s 점 Byeräs mornschwer유� von modo aufüyorst. Wohl langschwer schwierig als mês mitden. ich hab das Prozent Jem Moran Langschwert das ist eigentlich ganz neu ist und ich liebe und ich bin schon alle Items aus seinem Paar und die muss ich noch voll deswegen würde ich hier ein paar Leute ja, Jem Moran Plus den habe ich nur einmal geschafft ey, der ist so hart also ich schaffe alle, ohne Probleme Jem Moran Plus ich bin jetzt immer noch nicht gestorben bei diesem Lagenkrieg und ich kämp' die ganze Zeit unter Wasser, ich bin niemals raus als gute Übung, sag ich mal so ja, sag mal, ist er jetzt müde oder was? warum greift er mich nicht mehr an? ein Foto oder was? ich sterb gleich also, das ist nicht empfehlenswert wer auf ähnliche Spiele wie Doom Rider steht, sollte sich auch mal Alice Madness Returns ja, Alice Madness Returns, das ist anders und solche Leute, die gerne so Rollenspiele mit ein bisschen eh, das Monster Seg, ich kann jetzt wieder Skirim, Skirim, Skirim ich hab dich hier im Hinterhang naja oh, hab mir jetzt seine Nadel hinzugefügt das muss mal stolz aus sein komm her, du Homo 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 jetzt hat er bei mir verspielt, dieser Drache Tja jetzt kriegt er ein Profit fest ne, kriegt er nicht du bist viel zu schwach dafür aber echt viel zu gut dafür, weißt du das war halt aber dein Gehirn nicht ich erinnere mich daran, schwach gesagt zu haben du musst ein bisschen nachdenken, aber du denkst ihm nach und das ist ein Fehler ich bin noch eine Betronung ah ne, ich hab's zu essen, denn das ist mir gut gegeben au, scheiß, hat meine Luft schon wieder nur wieder an der gleichen Stelle, ich weiß es nicht oh, ich hab gar keinen Bock mehr, ey kein bisschen ich hör gleich aus das Spielen ist ja nicht so begeisternd, dass man das lange spielen kann kannst du nicht lange spielen, ey also das einzige Spiel, das ich wirklich richtig gut finde, ist Monster und so, und Kandoi und Kandoi ist auch gut gemacht naja, ich hätte die beste Grafik gemacht boah, ich hab so übel, kein Mann das ganze Scam-Continues war aber da sind immer so wenig Leute und die die Maps sind immer so behinderlich, das gibt's nicht ich lebe ja auch so, ja, das ist der Schluss also, das tut schon irgendwie wieder nicht ja boah, man kann's einfach Schmerzkopfen ah ne, jetzt verpisst er sich schon wieder hinterher verschwimmen ich frag mich, warum ich da immer so scheiß viel Leben verliere ja jetzt spiele ich schon 20 Minuten gegen diesen Homopherson wir müssen doch langsam irgendwann am Ende sterben ich glaube, hier werden sich noch hier drücken ich logge ihn, ah, er ist auf dem Wasser wirklich, das bedeutet nicht mehr lang ich erfüll ihm seinen Wunsch, denn der Sodama hat sonst deine Branche dann muss ich aber jetzt gerne aufsteigeln also, und so, was fristen du schon wieder? peinlich und ich nicht deine eigene Scheiße na komm das ist doch ein guter boah, ey ich möcht dich gerne als Altexter da anfangen ich krieg gleich so einen Anfall hier so einen üblen Anfall ich brauch gar nichts zu sein ah, der sapert schon, das ist ein gutes Zeichen, muss ich sagen wenn er sapert dann kann man auf ihn rumschlafen, wie man will ich weiß, ich mag sapern aber manchmal hat man noch Pech und die Fernbedienung das kann man lieber verheben aber das ist ein Tier der hat keine Gefühle da drin der hat keine Gefühle da drin es sei denn, man schneidet ihn dann an einem falschen Ort auf es sei denn, man schneidet ihn dann an einem falschen Ort auf dann sieht es schlecht aus, wie es hier und auch bei ihm geht warum leuchtet bei ihm auch nur? ey, das ist doch voll willkommen ok ich speicher jetzt hier und dann würde ich sagen, das war der letzte Part wir verabschieden uns jetzt alle noch ich bin FreakPoint tschüss ich bin Dominik tschüss ich bin deinem Mundsein ok, tschau